Willkommen zu einer neuen Folge LS22Grader Fischhal V2 im Projekt 3 vs. 100 PS mit meinem lieben Jerry Gamer. Moin! Und ich liebe Fabi. Hallöchen. Ich habe immer falsch, aber bei Passinarien hat er auch nur noch 41 Minuten von dem Feld. Aber gut. So. Warum habe ich erst bei dir L.U., Fabi? Du bei mir? Ja. Wie in der Mission. Ja, stimmt. Aufheben. Was kann ich tun? Ich kann glaube ich nicht mehr tun. Ja. Und hier. Auf Wahnsinn. Aufsachen. Stroh ist voll. Gülle haben wir ein bisschen was. Ach, ja. Ich wollte mal was anders gucken. stimmt doch aus hier die bäume gesehen im hof zu drei stück das neue fläche 14.000 euro es bringt nichts was kam ist da hier neben unseren beiden höfen ja schon 14.000 euro wenn wir jetzt bäume haben auf einmal was ja da diese äpfelbäume ach so ja was du meinst oh er bewegt sich mal nach einer folge ja 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 ich hätte der meint hier viel spaß mit meinem anhänger alter der zieht den hier so weg 0,1 hektar hätte ich noch so gut zu pachten aber das ist wohl größer als 0,1 hektar 0,19 man aneinander sondern scheiße hoch ich bin jetzt das packen können ich habe ja den list 6900 letter ist jetzt gemein wenn ich ihn das weg pachten würde macht das zwar kein mist aber durch den mist von ihm abkaufen es gibt noch viele solche bäume ob ich mir vor alle flächen weg wie wäre es damit interessiert mich auch nicht dann verkauf ich mir mein mist nicht oder oder ziehe ich mir selber welchen gut mache ich nicht rein gut wir könnten uns ein paar missionen annehmen leute und warte mal auch muss ja alles so eng sein alles mit der gleichen scheiße junge ich guck nach missionen alles mit dem gleichen bombs alter da war ich gar bock und wenn er da war ich mich nicht das kann man nicht machen oder das ist der mission ist und ich möchte schon wenigstens okay das wäre wirklich nee das wäre scheiße der spielt einen anderen ls teil wie wir nicht so windig aber das ist doch nicht normal hier das wäre das einzige aber da ist auch nichts dabei das ist nicht normal das wäre wirklich gut aber das ist wirklich gut also das wäre wirklich ja habe ich kein einziges feld gebracht hat habe ich alle gekauft offensichtlich sind wir reicher wie er was offensichtlich sind wir reicher wie er was sag mal bist du bescheuert oder so du hast gepachtet ja gut ich habe auch ein feld gepachtet bist du auch noch rum ich habe auch vier Felder so sondern mal gucken kann er gucke auch nicht ich bin ja nicht mal im spiel drin ja ich habe kein feld gepachtet ich würde gerne das annehmen leider naja gut das würde ich Geräte ausleihen nehmen und dann die zwei anderen annehmen weil es so Geräte ausleihen ja da ist die Bock auf Mission ne Vertrag akzeptieren was ja ja das ist die Bock auf Mission habe ich habe ich habe ich habe ich also dann gehen wir richtig rein feld 158 gehen wir zuerst hin ja ich habe mir aber gute Geräte ausgewählt wird ja das stimmt ich habe auch geguckt dass ich gute Geräte habe habe zwar eine günstige Mission nur angenommen damit aber dafür gute Geräte ja der Schwader war mir wichtig und ja das stimmt schon und dass ich eine Presse sogar haben geht über 120er und ich habe zwei B-Werke das ist auch noch was naja gut es ist ja gleich mal dabei als zwei B-Werke ne eben nicht bei den teuren Aufträgen hätte ich nur ein B-Werke gehabt im Front das ist eben das Problem 158 habe ich gesagt dann machen wir doch gleich Junge 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 wie weit sind denn bitte diese Dinge auseinander 158 ist hier 161 ist hier und wo haben wir das andere hier okay das ist weit schmeißen wir nochmal doch 158 rein wir haben was gelernt Grün Land hätte ich mir doch nochmal einen anderen Schlepper nochmal dazu gebracht dann hätte ich zwei gehabt aber das ist kein Problem weil wir den guten overpowered die HC haben der ist wirklich overrated deshalb mache ich das auch nicht ich kaufe keinen zweiten er ist günstig und hat so viel Power aber ich kaufe mir keinen zweiten meine mach kao sch encanta ich habe du schnapp ich frage was ich 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 ja gut dann ich habe ja auch nur diese dinger zum speck zu bringen aber das stört mich nicht ich habe ja ein ladewandel anfang zu hause ich kann den ja nütz und frontlade habe ich ja vor auf dem glas geht ab warum man es relativ gut sogar ich hätte gedacht frage wäre wenn ich wenn ich vielleicht doch noch den frontlader den iac auch rand basteln könnte da jetzt habe ich so dann laden wir mal den guten ab wenn wir gleich hier ach misst es so dumm gleich hier alle mal aber wir können 1.000 mitte und auf machen wir das anders leute jemand von hinten weg so fahren halten sich davor ist die wie das geht ein versatz ausrechnen was von den mehwerken das muss nur ausrechnen das ist automatisch das macht er doch nicht setzt doch einfach nach rechts und kriegst du die box angezeigt es ist auch recht raus aber sagen eigentlich war das automatisch aber nächstes hat er bei meinem mensch oder maschine gemacht ich glaube nicht mal das sind so flug auch schon teils automatisch beim flug macht das automatisch bei mir weg weiß ich nicht guck gleich kommt aufs mehwerk meine ich drauf an hab das gezogen dieses drecks mehwerk ja nee also das mehwerk das hasse ich wirklich bis aufs letzte raus damit würde ich glaube ich auch nicht ganz klar kommen ich kann ja schon verstehen ich bin klar kommt schon schädig ist das klar hey ich mag diese scheiße nein und mach alles kaputt hier alles wirklich alles wirklich alles wie viel ist denn alles was cool ich gucke gut die kuh macht nun klingt interessant ist so alles was mit mir ist das interessant so äh ne hm butter gut ähm ja auch butter ist interessant oder braucht man äh äh ja unter die nutella ne sicher wie sicher aber sowas von ne was nicht ne jetzt hast du mich enttäuscht hier ne ne das geht doch nicht ohne ohne das geht doch nicht aber alles mal ne klar ohne ohne schmeckt einfach komisch er ist so das ist immer ohne das ist fast alles ohne ja das ist kann ich nicht so Pelle ohne ohne butter ja einfach ne schweinerei äh jetzt 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 feier ich wirklich Geburtstag Junge äh ist jetzt doch Geburtstag jetzt aber Mann Mann jetzt ist er ist ihm wieder eingefallen acht Stunden habe er so geputzt äh jetzt ist aber wirklich so Junge wenn das jetzt nicht geht er fress ich drei Besen oh hoffentlich geht das so ja durchaus interessant ja ich finde dann ich kann ja die Besen dir da geben aber das sieht eigentlich gar nicht so doof aus nein 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 stopp noch mal schön vor die Besen jetzt ist schön all den Protonen reingedunkt höchst öffnen äh € ist sie ganz so doof aus mein Mann machen lassen GD 3 müssen hier ein gutes kapital geben kapitel wenn die dritte freunde ich würde sagen das war es mir vorher wenn es die folge verletzten deutschen tageschöpfe wobei bis an komm auf der grünen schaue schönes